Und damit herzlich willkommen zurück zu Warhammer Dark Omenir. Dies ist inzwischen mein zweiter Versuch an diesem nächsten Gefecht. Daher nehme ich hier jetzt nochmal neu auf. Und was ihr jetzt aber nicht mitbekommen habt nach dem Hexenturm ist, wir sind ein bisschen weitergegangen und dann gab es einen neuen kurzen Dialog, den werde ich jetzt für euch wiederholen. Eine Horde Untoter wartet vor uns. Ja, und das war der ganze Dialog. Schön, ne? Also wir sind kurz vor Sylvania, wir sind noch nicht bei Schloss Drakenhof. Und das ist wirklich eine schwere Map. Ich habe sie eben schon dreimal versucht und bin dann gescheitert. Das Schwierige ist, also hier sind Sklettbogenschützen auf der anderen Seite des Flusses mit einem Vampirgrafen. Und wir haben unten nur wenig Platz. Wenn wir oben kämpfen, dann werden wir beschossen. Also in der Nähe des Flusses, dann werden wir sofort beschossen. Wir werden das ja gleich sehen. Und jetzt bin ich halt dann überlegen, was ich noch mitnehme. Die Kanonen bringen mir hier in diesem Fall wenig. Ich bräuchte eigentlich mehr Infanterie, aber, jetzt kommt das aber, unten ist leider wenig Platz. Das ist schwierig, die alle in den Kampf zu schicken. Aber, wenn wir da dann erstmal drüben sind, mit dem wenig Platz, dann haben wir danach noch. Wie ist uns was in Reserve, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Infanterie mitnehmen? Ist ja jetzt Micromanagement-technisch nicht gerade das Beste, aber es geht jetzt auf dieser Map nicht anders. Es muss jetzt so gehen. Jetzt zeige ich sie euch gleich nochmal. So. So. Das ist also die Map. Hier oben ist ein Vampirgraf mit zweimal Skelettbogen-Schützen. Diese können über den Fluss rüberschießen, wenn wir hier oben kämpfen. Ich habe auch schon versucht, hier Armbruchschützen hinzustellen. Und dann die Gegner sind Skelettbogen-Schützen zu beschießen. Aber das klappt nicht. Erstens, weil das soll weg ist. Zweitens, weil die höher stehen als meine Armbruchschützen. Daher klappt das nicht. Und ich habe leider keine Bogenschützen. Hätte ich aber gerne. Aber wie gesagt, habe ich leider nicht. Und wir können von daher nur hier unten längs. Und hier unten kommen uns Gespenster und Gule entgegen, die leider auch Angst und Entsetzen verbreiten. Nee, da nur eins davon, ne? Gule. Die verbreiten, glaube ich, auch Entsetzen. Äh, nur Entsetzen. Oder Angst? Ich weiß es jetzt nicht. Genau. Eins von beiden auf jeden Fall. Äh. Okay. Dann auf ein neues. Viel vernichtet. Ja, keine Ahnung, warum die das immer sagen. Ja, wohl, da. Haben die hingetroffen? Nö. Ich weiß nicht, warum die das manchmal sagen. Äh, der für ein Pilgrif hat sich weg teleportiert. Vielleicht deswegen. Jawohl, da. Keine Ahnung, warum die das jetzt immer sagen. Jawohl, da. So, jetzt müssen wir gleich Gule entgegenkommen. Jawohl, da. Jawohl, da. Ja, das ist das, was ich meinte. Neffige Gule. Wir fürchten den Feind. In den Kampf. Feind gesichtet. Ja, nun rennt ihr in die andere Richtung. Mann, wo rennt ihr denn hin? Oh, ja. Genau, rennt genau in die Arme. Die haben sich gesammelt. Die Großschwerter wären cool, wenn sie sich sammeln würden, aber... Die brauchen sie nicht unbedingt sammeln. Ah, sehr gut, die Flagge laden sind damit fertig geworden. Okay, die Großschwerter haben sich zurückgezogen und wo sind die Geheulbringer? Die ziehen sich anscheinend auch ganz zurück. Äh, wieso ziehen die sich denn jetzt zurück? Ja, die Flagge laden ziehen sich wenigstens nicht zurück. Obwohl, aus Angst glaube ich doch schon, oder? Da bin ich mit gerade gar nicht so sicher. Jawohl, da. Ziel vernichtet. Wir müssten jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr Schaden mit dem Feuermagier machen, weil... Ich weiß, dass hier oben noch welche kommen, da sind auch noch mal Gullung-Gespenster. Jawohl, Sir. Und dass wir ja ein bisschen mehr Infanterie mitgenommen haben, das hat uns jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Noch mehr Gespenster. Ach, schaff ich noch einen? Ach. Geschafft. In den Kampf! Zum Angriff! Wir fürchten den Feind! Oh shit, ich glaube dadurch treffe ich auch meine eigenen... Ne, doch nicht. Ach, komm, greif meine... ... Flagge laden ruhig an. Viel vernichtet. Feind gesichtet. Jawohl, Sir. In den Kampf! Zum Angriff! Und noch mehr Feuer. Und noch drei Flagge laden. Und wie viele Gräubringer sind das noch? Vier. Sieht schlecht aus. Jawohl, Sir. Wie gesagt, ich weiß eben, was noch hier oben kommt. Ich glaube, da war nochmal ein Regiment Gull. Jawohl, Sir. Und tauch mal ein Regiment Gespenster. Und tauch mal ein Regiment Gespenster. Und tauch mal ein Regiment Gespenster. Jawohl, Sir. Wird schwierig. Jawohl, Sir. Ich weiß, dass ihr da seid. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ach, diese verdammten Bogenschützen. Großkanone down. Ach. Feind gesichtet. Gibt es nicht. Als ob die Großkanone auch verloren. Zum Angriff! In den Kampf! Zum Angriff! In den Kampf! Feind gesichtet. Wir fürchten den Feind. Zum Angriff! Sehr gut. feuer magie ist immer gut gespenster allgemeingänge und tote die kuhle sind geflohen zum glück das abwehrschild flaggeladen haben wir eben keine rüstung scheiße ist das nur noch morgen bären hat selber zwei sind es noch in den kampf jawohl jetzt hast du noch die beiden bogengeschützen und den vampir grafen oder der ist geflohen aus genaustellen die großkanone ist down wir haben ja noch die gröpinger kanone die gröpinger sind die gröpinger sind die gröpinger ist an der einen die die Na komm, jetzt geht mir endlich die Magiepunkte, Mann. Oh, gibt es doch nicht. Lol. Es fehlt nur noch, dass er Feuermagie abkratzen würde. Na morgen Bernhard, mach doch sie jetzt, zu zweit machen die das. Na bitte. Konnte man nicht irgendwie auch diese Häuser angreifen? Wenn ich das raufklick, dann gehen die da hin. Komisch. Am ersten Teil konnte man immer noch heute angreifen. Okay, jetzt eingesammelt. Was hat er denn da? Kann ich nicht sehen, irgendwas passives. Irgendwas passives hat er eingesammelt, genau wie das Schild. Ja, war ein schwieges Gefecht. Sie haben gewonnen, schauen wir erstmal, was wir verdient haben. 2388 Goldstücke und erbeuteten 950 Goldstücke. Der Gestank der Untoten wurde aus dem Land vertrieben. So richtig klassisch steht es da. Die Kolbinger haben wieder viele Erfahrungen gesammelt. Ja, das wird leider teuer. Aber ein schwieriges Gefecht. Ihr seid auch da, na endlich. Ich hatte eine Schlacht zu bestehen. Vielleicht solltest du auch einmal mitkämpfen. Hast du schon Schloss Karstein gefunden? Das Schloss ist verlassen. Leere Gänge, leere Räume, leere Hallen. Wo ist die Countess? Weshalb bist du so betroffen? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Naja, ein Raum war nicht so ganz leer. Ich fand die Countess dort lebend und wohlbehalten. Hier ist sie. Hauptmann, irgendwie wusste ich, dass du kommen würdest. Ich hatte ihre Sicherheit mit meinem persönlichen Ehrenwort garantiert. Und ich versuche immer, mein Versprechen zu halten. Hier, dies ist das Geringste, was ich geben kann. Bitte nehmen Sie dieses Geschenk an. Das Herz der Trauer. Es besitzt Zauberkraft. Ein großzügiges Geschenk, Countess. Ich schulde Ihnen viel mehr. Es ist nicht der Rede wert. Klaus, sorge dafür, dass die Countess sicher sein kann und dass bestens um sie gesorgt wird. Allerbestens. Ich weiß, ich weiß. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Matthias, hast du noch etwas von Wert im Schloss gefunden? Ich hatte doch gesagt, du sollst mich nicht. Naja, ich habe einen Eingang gefunden, der vielleicht unter dem Schloss hindurch führt. Sollte dies der Fall sein, schwöre ich Stein und Bein, dass Graf Karstein da unten ist. In den Gängen oder vielleicht in einer Gruft. Dann werden wir diese Gänge erkunden. Klaus, halte die Männer bereit. Wir müssen die Artillerie über der Erde lassen. Durch die Gänge passt sie nicht. Ansonsten, wir sind bereit und willens. Interessant, dass er weiß, wie breit die Gänge sind. Erstmal unsere Verluste ausgleichen. Das wären dann 3.540 für alle. Jetzt sind wir wieder bei 6.000. Rüstung verkaufen. Rüstung kaufen, 2.400. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, aber geben wir mal aus. Wir müssen jetzt der Trauer bekommen. Gegenstand Info, dieser Anhänger ist mit einer lebensaufspührenden Kraft verzaubert, die das Herz des Trägers explodieren lässt, falls er getötet wird. jede Truppe, die in diese Explosion hinein gerät wird, mit großer Kraft getroffen und leidet schreckliche Verwundungen. Also quasi ein Suizid-Item. Dann hatte der Feuermagier, hatte noch ein... Achso, ja, haben die das Haus gerüstet? Ne, haben die nicht. Gut. Sollten sie nämlich auch nicht. Dann ähm... Der Feuermagier, was hat denn der? Der Stab von Yet. Mit diesem mächtigen Zauberstab wird die Energie der magischen Winde kanalisieren, die dem Träger zusätzliche magische Kraft verleihen. Jeder Zauberspruch im Repertoire des Trägers kostet einen Punkt. weniger als er normalerweise kosten würde. Der Stab von Yet kann nur von Zauberern mitgeführt werden. Genau. Und den, würde ich sagen, Behälter mal. Achso, das ist das Zauberbuch. Auch blutiges Schwert gibt es ja doch. Ich dachte, es gibt keine, äh... Zaubert die... Waffen, Waffen, aber... Na, wurde... Äh... Die Schwerte können natürlich auch ein Angriffszauber sein. Keine Ahnung. Poponer Schwarm. Flammflügel, die sind cool. Das ist quasi wie so ein Teleport. Okay. Dann safen wir mal. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge oder im Livestream. . ... Vielen Dank.